Dirk Ossich ist ein deutscher Schauspieler. Er ist sowohl im Kino und Fernsehen als auch im Theater aktiv. Leben Ossich absolvierte sein Schauspielstudium von 1991 bis 1994 an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Von 1997 bis 2000 spielte er am Talia Theater. Von 2001 bis 2003 war er beim Schauspiel Frankfurt tätig. Anschließend gehörte er zum Berliner Ensemble. 2007 wechselte er zum Bayerischen Staatsschauspiel im Münchner Residenztheater. Seit 2011 hat er ein Engagement beim Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine ersten Auftritte als Fernsehschauspieler hatte Ossich ein 1997-98 in zwei ARD-Produktionen und in der ZDF-Serie Adelheit und ihre Mörder. 2001 wirkte er im Doku-Drama Jutsus ein Film als Verbrechen, mit. Von 2009 bis 2013 war er Ruhr, in Krimiserien wie Tatort Soko 5113 und Der Staatsanwalt zu sehen. 2015 spielte er eine Nebenrolle in der Vox-Serie Club der Roten Bänder. In der Literaturverfilmung Das Tagebuch der Anne Frank, die im Frühjahr 2015 gedreht wurde und am 3. März 2016 in die Kinos kam, spielt Ossich den Gemüsehändler Hendrik van Höwe, der die im Amsterdamer Hinterhaus versteckten Juden belieferte. Filmografie 2016 Das Tagebuch der Anne Frank Filmografie 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 Filmografie